hallo meine lieben hier ist wieder der playoff is hard and soul heute spielen wir wieder eine runde winning card nehmen wir mal eine freundliche runde 1 gegen 1 ich habe auch gerade nachgeschaut wann ich diese ranking matches machen kann das ist der playoff 10 bedeutet wir müssen ein bisschen machen wir haben das playoff 5 ja haben wir schon einen ein 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 so ein 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 Ich habe das Hirn hier auch voll verzogen. Schade noch, das wäre OB gewesen. Dass ich den so verziehe hätte ich jetzt nicht gedacht. Oh, aber ja. Der gut geht. Und der Strauch davor. Fairway. Aber er liegt auch nicht besser. Wenn er gegen den Baum haut, haben wir noch eine Chance. Oh. Sehr gut. Oh ja. Aber wir haben dann noch sonst wieder gehört und gewinnen. Und der kann ja auch von hier reingehen. Ja, jetzt. Gerade. Green. So. Das trifft ja. Das trifft ja nicht. Das trifft ja. Wir haben eine Chance. ganz gerade runter gehen ja ganz gerade runter gehen hat angezeigt ja das war schon mal gar nichts, das erste doch ouch, bogey oh jetzt haben wir einen Rückstand ja ich muss noch sehr viel leveln, sehr viel sollte mindestens täglich eine runde spielen was ich zurzeit leider nicht schaffe hmm, Aldine passt vielleicht auf also mit der hat nicht gelandet aber viel zu weit weg von der Fahne aber ich wollte den Schläger nicht wechseln wegen... ja man kann auch Schläger verhauen habe ich ja im letzten Part glaube ich versucht es war zu viel Risiko mit Level 5 kann man ja noch sagen, man ist blutiger Anfänger ja so, er liegt echt besser oha, zu weit weg so, er geht niemals rein naja, aber die Power hat schon mal gestimmt... schlecht... 2 Löcher voraus Mhm. Übel. Haben wir jetzt ein paar Vier wieder. Mhm. Fairway. Ja, geht ja. Mhm. Fairway. Mhm. Hier springen wir den Vier gar nicht mehr. Bis zum Grün mit zwei Schlägen. Gummisch. Fairway. Ja, hoffentlich rollt der noch ein bisschen. Pretty good. Schöner Schlaf. So näher an der Thermomstik und den Schatten der Fahne. Sehr schön. Ja. Schauen wir mal, wo er hentritt. Oh, oh, oh. So. Nicht schlecht. Kleiner muss rein, seiner muss daneben. Hätten wir noch eine kleine Schau. Oh. Nice. So. Werf ich noch? Ganz gerade eigentlich. Oh, der ist verhungert. Ah, nein. Oh, Mann. Oh. Oh. Ich bin frei. Das bedeutet. Hole and one. Das bedeutet. Das ist es, das ist es. Höchst. Ich bin frei. Ich bin frei. Was ist heute nur los wieder sonst geht es besser Oh Oh, bei ihm auch die Kante. So, die andere Löhre brauchen wir gar nicht spielen. Weil wir so weit hinten waren, dass ich gleich verloren habe. Gerade Schade. Ja, wir müssen Level 10 werden. Aber so wird das leider ein bisschen länger dauern. So, das war jetzt bald gestanden, muss ich ein Video anschauen. Dann, wie schon gesagt, ihr macht das noch einen Match, weil ein Part zu lang geworden ist. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Euer Player bis heute in Seoul und Tschüss! So, das war's. 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 Vielen Dank.